Was hat denn da Impfen los? Ja, was kommt denn los von der Welt? Digga, ich bin ja grad da runter, ne? Von dem Ding. Junge, es ist aber auch schwierig. Alle scheiß Treppe runter zu gehen. Die spawnen hier nicht. Die spawnen hier noch nicht. Die spawnen hier immer noch nicht. Die spawnen hier nicht. Die spawnen hier nicht. Die spawnen hier nicht. Die spawnen hier nicht. Oder ich bin richtig dick aufs Five. Dann nehm mal keine Marken ein. Magen assist. Der Mate darf keine Marken nehmen. Mate im Magen. Achtung drüber.